Tischtennis Helden, Conquer the Table Hallo Tischtennis Helden, mein Name ist Jani Borsche, ich bin Tischtennis Trainer aus Bonn und in diesem Video gibt es noch ein weiteres Unboxing, wo ich gar nicht genau weiß was es ist denn mein Sponsor Kontra hat mir wieder einfach ein Paket zugeschickt und ich bin mal gespannt was ich jetzt hier auspacke es ist auf jeden Fall schon schwer, ich pack es jetzt mal aus ich lege mal gar das Mikrofon ab so und jetzt kommt der Moment der Wahrheit was ich hier hinter verbirge ok, es sieht an einem Tisch aus und zwar kein großer, sondern ein Minitisch schätze ich mal wenn ich recht in der Annahme bin, jawoll ein Minitisch das sieht doch ganz gut aus, packe ich auch mal aus dann können wir den direkt nämlich auch zeigen im Video es sieht auch schon sehr vormontiert aus, das heißt, dass der Aufbau sehr schnell gehen wird ich nicht mal so viel machen muss Minitisch habe ich noch nie gespielt, habe ich zwar schon oft gesehen, auch auf Turnieren aber selber hatte ich noch nie die Möglichkeit daran zu spielen ok gucken ob ich das sogar so hin bekomme das verstehe sogar ich, wie man den aufbaut, auch ganz ohne Anleitung ist aber süß hier der Tisch, ey das werden aber heiße Duelle mit den Leuten, mit denen ich hier spiele hier haben wir noch ein Netz auch das sieht ziemlich putzig aus ich lege es nochmal gerade ab und er steht also sehr geiles Ding hier von Contra vielen Dank dafür können wir auch sehr gut für die Unboxing Videos nutzen und einfach auch mal so daran spielen super einfach aufzubauen ich werde auf jeden Fall auch mal nachsehen ja wie viel das kostet, werde ich dann hier mal einblenden vergesst nicht Gutschein Code HELDEN eingeben dann gibt es hier nochmal 5 Euro billiger ja habt ihr einen Minitisch? habt ihr zuhause vielleicht einen? schreibt es mal in die Kommentare ich bin auf jeden Fall gespannt, wie der sich spielt hier und ob man da auch ein paar Rollomats dran drehen kann machts gut bis zum nächsten Mal ciao ciao so Vielen Dank.